Guten Tag Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! 5Ds Duel Ranger. Wir stehen womöglich gerade vor den stärksten Duelanten, den wir bisher hatten glaube ich. Also ich könnte es mir gut vorstellen, Level 12 glaube ich. Spielt sehr, sehr krasses Deck glaube ich. Hört sich krass an, irgendwas mit Dark World. Und heute haben wir viel vor. Wir wollen heute die Stage schütteln, wollen ein paar Packs kaufen, unser Deck verbessern und mal gucken was in der nächsten Stage geht. Ich bin sehr gespannt Leute, lasst uns gar nicht lang fackeln und reingehen in den ersten Gegner hier oder den letzten Gegner der Stage hier, dem Boss oder mehr oder weniger. Und let's go Leute, Guide to Dark World, so ist dein Deck, Level 13 sogar. Also ja mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob wir hier gewinnen können, verlieren werden und wie auch immer. Wir werden es sehen. Stein. Okay, dann noch Stein. Ich habe gerade überlegt, nehme ich jetzt Schere mal, aber ich wollte trusten Leute, ich wollte trusten. Und ja, wir müssen auch mal dumme Wege zu Ende gehen. Wichtig Leute im Leben. Okay Leute, komm. Ich bin hyped, ich habe Bock auf einen starken Gegner. So ein bisschen. Es kann sogar sein Leute, dass wir schon vorher unser Deck verbessern, weil wir jetzt keine Chance haben gegen die Typen. Wiss ich mein. Also wenn wir jetzt wirklich gar keine Schnitte sehen, dann wird es schwierig. Dann müssen wir vielleicht nochmal hier da Packs kaufen. Aber, oh shit. Au, das ist ärgerlich, weil wir gut gezogen eigentlich. Okay, jetzt ist es spannend. Ich würde aber sagen, wir werfen die ab, weil wir die können wir ja wiederholen, oder? Oh Leute, hier spielt ein krasses Deck. Ich merke das schon Leute. Mein Gott Leute, das wird wild, Junge. Das wird wild. Aber wir haben eine Feinkarte, womit wir uns retten können. Das wird interessant Leute, habe ich das Gefühl. Aber mal gucken. Mal gucken Leute, wir sind auch gut dabei. Oh. Stark. Jetzt können wir doch unsere Zauberer aktivieren. Seine Kat opfern für unser dunkles Magermädchen. Oder? Das kann ich doch, oder? Warte mal. Mal kurz lesen Leute. Kann ich lesen? Bevor wir jetzt irgendwas Dummes machen. Ähm. Ah doch, können wir. Wir können ein Monster von ihnen nehmen. Das ist mega gut. Und. Ach können wir nicht. Oh nein. Ich habe einen Fehler gemacht Leute. Nein. Weil wir müssen doch, wir brauchen auch einen Monster glaube ich, was wir ihnen geben können. So war das. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Okay. Aber das ist auch nicht schlecht. Choice 1 ist auch nicht schlecht. Wir können diesen Monster Chancen ins Verteidigungsmodus glaube ich. Oh mein Gott. Das ist jetzt so dumm. Okay. Okay. Ist. Okay. Okay. Leute. Fehler passieren. Tut mir auch leid. Jetzt schonmal. Ähm. Wir spielen. Den. Dragon. Und greifen an. Ich hoffe mal, dass jetzt. Dass er nix hat. Sodass wir da gut durchkommen. Weil das ist ja gut. Dann haben wir die Zauberkarte trotzdem noch gut verwendet. Wisst ihr, wie ich mein? So ist dich. Let's go. Komm, 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 komm. Ich habe es gar nicht guckt. Aber hat glaube ich keinen Effekt. Okay. Okay. Natürlich. Dann spielen wir beide Karten verdeckt. Und sind erstmal fertig. Wir haben das gedreht Leute. Wir haben das gedreht. Das Duell. Er hätte einen verdammt guten Start. Muss man sagen Leute. Er hätte einen verdammt guten Start gehabt. Nein. Will ich nicht. Sorry. Leicht aufgeregt. Weil starker Gegner. Ich merkte schon. Leicht aufgeregt. Okay. 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 Das ist gut. Eigentlich. Wenige. Obwohl. Zwei Karten ziehen. Aber er kann dann keine Karten mehr ziehen. Zwei Runden lang. Das ist ja nicht okay. Für mich. Ähm. Doch. Soll er ruhig machen. Soll er ruhig machen. Soll er ruhig machen. Nochmal Leute. Ich bin der Gezode oder was. Kapper. Ähm. Soll er ruhig machen. Ich mein. Der kann da vier Runden keine Karten mehr ziehen. Das wäre okay für mich glaube ich. Ja. Soll er ruhig. Ich hoffe das okay ist. Nicht dass sie jetzt komplett zerstört werden. Shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Er will einfach. Okay. Ja gut. Soll er ruhig machen. Wenn das alles ist was er hat. Joa. Ich mein. Biss hier okay. Okay. Er kann. 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 Er hat. Er hat. Er hat okay gezogen glaube ich. Mit seine vier Karten jetzt hier ziehen konnte. Also. Aber er ist nicht so schlimm. Dass das für mich ein Problem wäre. Und weil. Jetzt darf er vier Karten. Keine Karten mehr ziehen. Und. Ja. Das ist ja nicht. Gut. Auch wenn das bedeutet. Dass wir jetzt sehr viele Lebenspunkte verlieren. Wie ihr seht gerade. Das ist eine Menge. Das wir verliehen gerade. Das ist gerade eine Menge. Aber gut. Das hat sich hoffentlich gelohnt. Und jetzt. Dieses. Gamblen. Okay. Ja gut. Was können die noch mal? Okay. Ja okay. Ist. Ja. Ist okay. So. Wir spielen die Elfe. Greifen an. Direkt. Also. Ich direkt direkt. Greifen hier direkt ein Monster an meine ich. Schön. Okay. Sein Deck ist noch nicht so spannend. Ich dachte ja. Okay. Sein Deck ist aber schon stärker. Als andere Gegner. Die wir bisher hatten. Aber sein Deck ist jetzt nicht so interessant. Dass man. Ja. Ich glaube schon. Dass wir es gut besehen können. Das würde ich schon sagen. Opfer ich jetzt schon für das schwarze Magier Mädchen. Oder opfer ich nicht. Das ist die Frage. Die ich mir stelle. Oder. Ich würde Opfern glaube ich Leute. Definitiv. Doch. 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 Das macht schon Sinn. Kommen wir Opfern. Oder Tributbeschwörung. Macht Tributbeschwörung. Wie auch immer. Spielen die. Oder das. Dunkle Magier Mädchen. Spielen die Karte auch noch. Warum nicht. Schade ja nicht. Und greifen. Ganz gechillt an. Das wäre cool. Wenn wir gleich ein Monster ziehen würden. Gut. Ich meine. Wir könnten eins spielen. Aber. Ich würde ungern jetzt dieses Mystic. Mystic Monster hier spielen. Wie ist das nochmal? Mystic. Äh. Majestät. Majestät. Mag. Ich würde mich jetzt ungern spielen. So ohne Opfern halt. Das ist nicht so geil. Aber Leute. Ich würde es. Nicht machen. Weil ich. Das lieber jetzt Plan B. Behalten würde. Die Karte. Wisst ihr. Ich meine. Auch wenn es bedeutet. Dass wir jetzt. Halt. In der Phase. Wo er nichts ziehen konnte. Wenig. Lebenspunkte. Damage gemacht haben. Gegen ihn. Aber. Ist okay Leute. Wir müssen auf Nummer sicher spielen. So. Da kann wir jetzt hin. Hoffen. Mal nichts Gutes. Okay. Das ist ganz nice. Okay. Was heißt nice. Das ist okay. Würde ich sagen. Spielen wir die Karte. 1800. Reicht das Leute? Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Ja. Oh Junge. Das hat klappt. Das hat klappt. Junge. Können wir zumindest mal. Endlich mal. Richtig gut. Damage machen. Schön. Sehr schön. Für uns wird es auch. Also für uns. Wird es auch. Bei Zeit. Dass wir auch. Ein paar Synchro Karten. Drinnen haben. Also gute. Die wir brauchen. Oder die halt nice sind. Empfänger Karten. Unser Deck. Wird sich noch so krass ändern Leute. Also. Wir können es auch. Ohne Empfänger schaffen. Ohne Synchronen Karten. Hier zu gewinnen. Glaube ich. Aber. Gegen Yuzai. Und so. Gegen die wir. Glaube ich. Wir spielen werden. Oder die alten. Gingstärkere. Die noch kommen werden. Wir sind noch nicht spoilern. So großartig. Wir werden auch alles. Im Annehmen. Wie davor kam. Glaube ich schon. Dass wir da. Ja. Schon. Warte mal. Lass mich rechnen. Kurz. 2000. 3000. Na komm mal. Ähm. Ja. Es ist ja wichtig. Glaube ich. Dass wir dann irgendwie. Noch ein kürzeres Deck. Mit Kombos haben. So. Teilweise. Äh. Versteht sich. Natürlich. Ja. Das ist was ich nur gesagt habe. War jetzt noch chillig. Glaube ich. Am Anfang. Die ersten drei Stages. Die wir jetzt gespielt haben. Oder vier. Äh. War jetzt noch recht chillig. Muss sagen. Oh. Er bleibt es sogar noch. Krass. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich mich. Mit sind verrechnet. Um 100 Punkte. Ah gut. Deswegen. Wenn wir gleich. Nach dem Duell. Wieder ziehen. Also. Paar Packs ziehen. Ähm. Hopp ich mal. Dass wir dann. Äh. Gut Karten bekommen. Oder vielleicht mal neue Packs. So ne. Die. Auch ein bisschen. Äh. Was. Neues mal bringen. Das ist ja auch schön. Okay. Ich bin gerade verdeckt. Das ist nicht gut. Okay. Gut. Ich greife es einfach an. Schau mal. Ob er was hat jetzt noch. Was ihn retten kann. Oder nicht. Wahrscheinlich hier nicht. Oder? Ne. GG. GG Leute. Das war gut. Level 3. 12er. 13 besiegt. Krass. Ich weiß gar nicht. Ob das so ist. Wenn wir. Level 13er besiegen. Level 12er. Oder höhere Level. Äh. Duolanten. Dass wir dann. Mehr Geld bekommen. Höchstwahrscheinlich. Oder? Zumindest mal. Wie das. Wahrscheinlich. Aufgelistet werden. In dieser Liste gleich. Ah. Seht ihr. Duolistenbonus. Levelbonus. Seht ihr. Levelbonus. 100. 120. TP. Also doch. So. So. Höher. Level. Die haben. Und so mehr Geld geben. Die auch. Und das auch Sinn macht. Irgendwie. Oder was cool ist. Ja. Nice. Cool. GG. Freut mich. Wirklich freut mich. Dass wir es gut geredet haben. Wirklich. Ab in die nächste Stage. Leute. Wir haben. 19 mal gespinnt. 19 mal. Wir kommen dafür 1000 TP. Das ist gut. Das ist sehr gut. Haben auch nicht Kerst jetzt wieder. Für ein paar Packs gleich. Und bekommen Lille Chimera. Ja. Gut. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Leute. Weiß ich nicht. Okay. Leute. Wir sind in der nächsten Etage. Let's go. Mal gucken was uns hier erwartet. Welche Dolanten. Oder Dolanten. Oh. Es sind einige. Ah. Guck mal. Äh. Akisa. Haben wir doch da. Ne. Und wieder Leo. Ähm. Ja. Lena und Luna. Haben wir hier. Und wir haben wieder ein Cube. Also wir müssen gleich mal gucken. Taktisch was wir machen wollen. Ähm. Wir werden vielleicht ein paar mal drehen. Und gucken mal wo wir hingehen wollen. Ähm. Zu welchem Punkt. Was zum meisten Sinn macht. Mal gucken wie stark die da wird. Da warte ich schon einiges. Also zumindest mal ein bisschen mehr. Definitiv. Definitiv. Okay. 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 Ich finde die Story cool, ich finde es mir cool gemacht, dass man sich hocharbeiten muss. Ich mag gerne sowas irgendwie, dass man sich immer höher arbeitet, immer stärker wird oder immer kurser wird. Ich mag das irgendwie gerne. Ich finde das bisher sehr cool, das macht mir schon sehr Spaß. So Leute, ich weiß aber noch nicht, ob wir wieder gegen Luna oder Leo spielen werden. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob die sich später ändern. Also dass sie immer besser werden, vielleicht vom Deck her, je nachdem wie hoch man kommt und so. Das ist sowas Ding, aber auf jeden Fall die neuen Charaktere werden wir mitnehmen. Und bevor wir jetzt irgendwas machen, werde ich jetzt erstmal wieder ein paar Packs hingehen mit euch gemeinsam. Ja, schauen wir mal, was wir da bekommen. Gut Cash gesommelt. Ich glaube 6K haben wir oder so. Ja, klar. Oh, das ist sowas Neues. Äh, das haben wir neu. Das haben wir neu. Das ist auf jeden Fall cool. Ähm. Ja, ich würde sagen. Ich würde sagen, so Beginnen kann man immer mitnehmen, 5 Stück auf jeden Fall mal. Ich meine, wir haben da 12%. Äh, von den neuen nehmen wir natürlich was mit. Starter Deck haben wir schon, äh, 55%, da sehe ich mich eher weniger gerade. Aber mal gucken. Kostet auch relativ viel Geld. Ähm, das nehmen wir noch mit beides. Also das hier nehmen wir mit. Und dann würde ich vielleicht noch hier, Junge, komm, gehen wir da auch nochmal rein, komm. Ich meine, es ist, glaube ich, okay. Ein paar Kanäme haben wir da noch nicht. Und hier noch, komm, nehmen wir da noch was mit von. Wohl hier haben wir 13, haben wir 11. Komm, nehmen wir da noch was mit von, für ein Stück. Wir haben 30 Packs, die wir jetzt öffnen können und das hoffentlich wird sich lohnen. In gewisse Maße. Bin ich mal sehr gespannt, Leute. Let's go. Let's go, Junge, let's go. Ich liebe das. Joa, Fusionskarte. Oh, Vampire, geil. Coole Karte. Ah, leider verboten. Die Karte haben wir schon bekommen. Haben wir schon bekommen, leider. Oh, Synchro Karte, Leute. Schauen wir später rein. Charme haben wir bekommen. Einfach Charme haben wir bekommen. Nice. Oh, Leute, noch eine Synchro Karte. Okay, jetzt kommt Charme, Packs. Oh, wieder ein Stein. Also ein weißer Drachenstein. Joa, bisher okay, würde ich sagen. Sehr viel Synchro bekommen. Das ist ganz cool eigentlich. Ähm. Zumindest mal für das erste. Mal gucken, ob wir die dann verwenden können gleich. Irgendwie. Okay. Oh, okay. Wieder die Falle bekommen. Ich glaube, wir haben gerade einen Empfänger bekommen. Bin mir sicher. Schauen wir gleich mal. Ich glaube, wir haben sogar gerade einen Empfänger bekommen. So, die letzten Packs, Leute. Die letzten Packs, glaube ich. Das sind ein bisschen die OG-Karten hier. Die wir kriegen jetzt. Aber da sind auch ein paar gute bei, immer. Das sind eigentlich alles OG-Karten, Leute. Wisst ihr, was ich meine, ne? Aber so OG-Karten, eben, was ich meine, glaube ich. Okay. Da waren ein paar gute dabei, glaube ich. Mal gucken. Wenn ich das mal durchlesen, gleich. Ein bisschen. Weil wir mal einiges bekommen, wo wir mal gucken können, was wir jetzt da ein bisschen verwenden können oder nicht. Ähm. Ja. Schauen wir mal. So. Deckedit. Bin ich mir sehr gespannt, Leute. Bin ich mir sehr gespannt. Leute, da wird auch Erinnerungen wach, oder? Diese Ozean, da kennen wir noch. Das kennen wir noch gut. Und... Alien Overlords. Weil ich muss mir ganz Karten mal durchlesen, ne? Also auch mal alleine für mich, und nicht, weil ich... Wenn ich das jetzt alles voll sehe, die Karte für mich, dann geht eine Folge, wo wir nur Deck-Menü machen, und ich glaube, das wird die nächste feiern. Deswegen schaue ich mal nach Tuner. Warum werden sehr viele Tuner, ähm... Sehr viele Tuner-Synchro-Karten, habe ich das Gefühl. Oh Gott, kenne ich gar nicht. Avatar of the Pot. Jünger, was eine legendäre Karte ist das. Jünger. Hm, was haben wir hier bekommen? Das ist ganz geil. Ist das nicht so ein Usain-Karte sogar? Das könnte sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Guck mal, Black-Wing-Tuner. Los. Okay, ja, schon mal interessant. Also Black-Wing, das wäre so der Sack vielleicht, wo wir mal gucken können, ob wir das vielleicht umsetzen könnten. Okay, ist natürlich verboten, habe ich mir schon gedacht. Ich weiß gar nicht, ist das ein Empfänger, Leute? Ich weiß gar nicht. Ist, äh, Dandy-Leon, äh, ein Empfänger? Steht hier leider nicht bei, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, wollen wir nicht. Ähm, wie war das nochmal? Das war's nicht. Ähm. Shit, das hat aber der... Nein, das hat aber der Rude-Satte, glaube ich. Dumm. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das anklickt. Wie man gucken kann, wie man... Ne, das war's nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Okay. Ah, hier, okay. Tut mir leid, Leute, der Strong ist ein bisschen weird, Rad. Mit dem Kultura hier. Kart-Details, ähm, schauen wir mal. Token. Ich glaube, das ist kein Empfänger. Ich glaube nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben sehr viele Karten von denen hier. Von diesen Dark Scorpion. Oh, ihr beteiligt Hero and Divine. Nein, krass. Ähm, das ist natürlich cool, dass wir die haben. Aber ob wir die eh mit spielen werden, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Okay, Leute, ich werde mich, glaube ich, mal beschäftigen, außerhalb der Folge, Karten für Decks, die wir vielleicht machen können. So, ne, das, wie gesagt, ich glaube, jetzt, wenn ich das alles in der Folge komplett durchlesen würde, dann wären wir bei eine Stunde und ich würde nur im Deck hängen, im Deckmenü. Weil es so viele Karten sind, wo wir erstmal checken müssen, welche wir verbinden können oder welche gut zusammen harmonieren würden, so. Nur, dass ihr das versteht. Komm, wir haben hier einen Tuna zum Beispiel. Heißt Tuna am Fangout? Englisch, kann das sein, Leute? Bin ich gerade schon nicht dumm, oder? Kann das sein? Nein, Leute, habe ich jetzt den Fehler gemacht, dass es ein Tuna ist? Es kann sogar sein, Leute. Im Gegenteil, mein Englisch ist nicht ganz so geil, ne? Kann sogar sein, oder? Ich glaube wohl, oder? Ich glaube wohl. Warte mal. Ich glaube wohl, Leute. Ich glaube, ich bin dumm gewesen. Jetzt tut mir leid, vielleicht, wenn jetzt das... Ja, gut. Aber passiert, Leute, oder? Fehler passieren. Wir schauen mal kurz, Leute. Ich muss auch kurz googeln. Karte. Ja, okay. Okay, Leute. Ist ein Empfänger. Tuna ist ein Empfänger. Ich bin dumm, Leute. Es tut mir leid. Es war mein Fehler, Tuna ist ein Empfänger. Ja, gut. Besser später ist es dir, oder? Das heißt, wir haben ein paar Empfänger, Leute. Das heißt, wir können sogar... Ähm... den Crew-Karten eigentlich beschwören. Na, so ist es nicht. Das würde theoretisch schon mal gehen. Okay. Das ist gut zu wissen. Vielleicht fürs nächste Mal. So, wenn wir mal genauer reingucken, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wäre so eine Option, wo ich sagen würde, doch, doch. Da sehe ich mich. Okay, mehr gut. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt, Leute. Ich war so auf Empfänger getrimmt, deswegen. Tut mir leid. Tut mir leid für die Leute, die es jetzt fünf Folgen gedacht haben. WTF? Was ist mit den Jungen? Ähm, ja. Aber ich meine, ihr seid das immer wieder gewohnt hier, auf diesem Display-Channel. Dass ich immer mal wieder ein paar so Fails drin habe. Einmal größere, kleinere. Okay, Leute. Ich gucke kurz, was ich reintun will. Ich glaube, die würde ich reintun, ne? Die fand ich ganz cool eigentlich. Ja, die kann uns auf jeden Fall retten, ne? Hier und wieder. Dafür würde ich, glaube ich, die raus tun. Die hier. Äh, würde ich die reintun, tatsächlich. Ähm, was haben wir noch? Neues bekommen. Das ist doch geil eigentlich. Morphing Jaw. Aber auch, wenn wir es nicht spielen, glaube ich. Hm. Charme haben wir bekommen, Leute. Charme Deck würde ich auch führen, sage ich ganz ehrlich. Charme Deck würde ich hier und da auch führen. Mal gucken, Leute. Da sehe ich mich vielleicht ein bisschen. Wieso, das ist nämlich auch ein Tuner, oder? Ne, guck mal, das ist kein Tuner. Okay, das ist dann dann doch kein, äh, kein Effect-Monster. Aber wir haben sie zweimal. Das wäre gut schon mal. Aber wir können sie auf jeden Fall verwenden für Spezialbeschwörungen. Glaube ich. Das ist ein Tuner, das wusste ich auf jeden Fall. Hat aber fünf Scheren, ist aber nicht so schlimm. Tatsächlich. Dann müssen wir ein bisschen gucken. Wie wir das machen. Okay, wir können sogar zweimal reintun, die Karte. Das wäre natürlich ein Bang, eigentlich. Dann würde ich sogar sagen, obwohl, ich würde sogar sagen, vielleicht, dass wir das hier raus tun dafür. Ja, obwohl, das ist auch immer ganz geil, eigentlich. Ich bin unschlüssig, glaube ich, ich bin unschlüssig. Dann müssen wir das. Ne, komm, wir lassen das so. Fürs Erste. Ich meine, wir können später immer noch was ändern, hier und da. Und jetzt bin ich mit unschlüssig. Also, ich will allgemein, bin ich unschlüssig, gerade bei so vielen neuen Karten. Und ich glaube, wir können vieles machen. Aber, ja, ich glaube, ich brachte ein bisschen mehr Zeit für, das zu checken. Jetzt überfliege ich gerade mal so die Karten, die interessant wären, vielleicht, für unser Deck, später. Und so, ne, das ist halt das Ding. Und dreimal den Stone schon, Leute, das ist schon mal nice. Also, weiße Drachendeck, so mäßig. Sehe ich uns auch, Leute, sehe ich uns auch. Dafür ist ja drei Weißte Drachen und noch ein paar mehr. Andere Sachen, so, aber an sich, also, würde ich schon, äh, fühlen. Turbo Warrior, okay. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, vielleicht später. Turbo, ich meine, Turbo Synchromons haben wir sehr viele. Also, jetzt, so allgemein, jetzt gesagt. Guck mal, die ist schon stark, oder? Chaos 800er. Würde ich sogar vielleicht reintun, für, die hier. Äh, die hier, ne, die nicht. Die hier. Können wir die raustun und die rein. Da haben wir zumindest mal eine starke Karte drin. Und ich weiß, Leute, bisher noch keine Kombos. Na, das kommt alles später. Wir sind gerade noch am Beginn des Spiels. Ne? Aktuell, ne, will ich mal wieder sagen, dass wir noch gar nicht so weit sind. Ähm, uh, guck mal, ein Tuner. Ein Non-Tuner. Das wäre auch geil, oder? Was kann er denn? Uh, sogar Kriegerkarte. Das sind sogar ein bisschen passend. Oh, da hast du dich für... Ey, guck mal, das ist eine Idee vielleicht. Also, das ist ein Staranwagen vielleicht. Ich selber, äh, Wayne. Das wäre so ein Ding. Vielleicht. Dass wir den vielleicht, ähm, uns mal reintun. Noch ganz ohne Kompo, ne? Nur, dass wir den mal beschwören können synchronmäßig. Dass wir einen Ansatz haben, ein Fundament. So, ne, wo drauf wir aufbauen können. Das wäre vielleicht eine Idee. Okay, okay, das ist eine gute Idee. Also, den vielleicht würde ich reintun. Okay, brauchen wir halt, äh, einen Fänger, ne? So, ich tune den mal rein. Schon mal. Und. Hm. Okay, Leute. Ja, okay, wir haben hier drin. Erstmal, wie gesagt, ich schaue später mal in, äh, bevor ich die Folge starte, nach ein paar Tuner, also nach den Tuner, Fängerkarten, so, die uns, äh, taugen. Die hier reinpasst in das Deck. Ähm. Ja, Leute. Das war's aber erstmal mit der Folge, ähm. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind sehr viel Decken, die jetzt, äh, sehr viel Packs geöffnet und so. Weiter und so fort. Und, ja, lasst mir gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Channel. Gebt mir gerne Tipps, wie gesagt. Nochmal sorry wegen dem Empfänger, die, die, Dilemma hier gerade. Ähm, tut mir leid. Und. Ja, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Mach's gut. Haut rein. Und. Bye bye, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.